Guten Abend, hier ist Santa Lucia, Luisenstrasse 31, Zuri. Mitte von morgen eine Kiste Eikblattrott, eine Kiste... Das Santa Lucia? Mein Italiener? Ich sitze wie so oft nach ungetaner Arbeit im Santa Lucia. Die Dinge ändern sich rasch in meinem italienischen Restaurant, in dem die Köche Afghanen sind und die Pizzaioli Tamilen. Ich bestelle eine Margherita Ben Cotta, lehne mich zurück und denke mir, ein Schauspiel. Und alle sagen mir, nein, du bist dumm, wenn du es nicht machen kannst, du etwas anderes hast, du musst dir das Publikum. Nein, ich will mich nicht verabschieden, ich will mich lieber. Ich wollte immer weg. Alles gleiche, ein Baum hier, ein Baum in Bosnien. Was ist so viel verschieden? Du wirst nicht träumen, signore. Ich weiß, wenn du sie auf dem Weg vorst du schwarzen Plan. Alles gleiche, ich meine Begegnung. Damit bin ich sicher. Das ist ein Baum. Ich bin erschüttert, einen Baum. Das ist ein Baum für die Arbeit geheimnisch. Wunder.